Wie wäre das eigentlich, wenn man wirklich nur schwarz-weiß sehen würde? Zum Glück sind wir nicht farbenblind, aber genau deswegen sind wir in ein Café gegangen, um uns anzuschauen, wie wäre es, wenn. Ob die optische Täuschung oder diese Illusion funktioniert, das seht ihr in diesem Video. Wir gehen ins Forever Rose Café in Dubai. Wo hast du uns ein Tauschen wieder hingebracht? Das ist ein Café ohne Farbe. Und wie heißt das? Everose, weil wir haben es schon gelernt. Keine Ahnung, es heißt irgendwas mit Rose, aber nebenan gibt es einen Rosen-Shop. Da gibt es so Rosen im Glas und die kosten 175 Euro pro Glas. Blenden ein Foto. Ziemlich teuer, das zeigen wir dann nachher. Aber jetzt gehen wir rein, schauen, ob man überhaupt einen Platz kriegt. Ich glaube schon gut, dass da vorne ein Platz frei ist. Danke. Schaut aus, die sagen, dass es da gibt wie bei La Duree. Ja, ist es. Und das sind die Rosen in groß. Oder da kannst du zu Herz, überhaupt zu Herz. Das kostet 1000 Euro. Wahrscheinlich. Forever Rose, die kostet 170 Euro. Kannst du die dann kaufen? Aber das haben wir schon mal irgendwo gesehen. Nachdem es Forever Rose in London ist, haben wir es vielleicht in London gesehen. Nein, wir waren noch nie in London zusammen. Aber mir kommt vor, wir haben das in New York gesehen. Kannst du das erinnern? Das kann sein, diese Rosen, aber die waren eher kleiner. Nein, da hat es große. Kleine Epscher. Da gibt es ganz große da oben. Herz! Das haben wir nicht selber gekauft. Das ist nur so ein Snack und Kaffee. Aber es schaut ganz cool aus. Ja, kann man sich schon anschauen es ist nicht so ultra besonders besonders. Eben a mình stess mehr so geschlossen und deswegen wirkt es mehr schwarz-weiß aber da ist viel Sonne und ein wahmes Licht hat uns hier drinnen. Aber es schaut schon cool, schon edel gemacht und es ist nicht so übertrieben teuer. Wir zeigen nun auch noch ein bisschen rum, wenn sie einmal rein kommen will. draußen auch zum sitzen und ohne Reservierung, ohne weiteres jetzt eigentlich am Abend. Das ist schon cool. Ich hätte eigentlich jetzt gern so eine Rose, aber 170 Euro möchte ich eigentlich nicht ausgehen für eine Rose im Glas. Da kauf ich mir eher das Glas und jede Woche eine neue Rose, da kann ich lange neue Rosen kaufen. Wenn man es luftdicht verschließt, müsst ihr eigentlich halten, oder? Also ihr habt da so Halloumi-Sticks, anscheinend soll das so sein wie Mozzarella-Sticks, habe gefallen. Ist jetzt nicht so weich wie Mozzarella-Sticks, aber ähnlich Käse mit so einer Trüffelsoße und so, wie nennt man die, Granatapfel. Was heißt das da für einen pinken Kaffee? Das ist der Forever Rose Eiskaffee-Latte. Alles brav aufgesst. Das ist doch nicht so mein Halloumi, das ist irgendwie so ein komischer Nachgeschmack. Das ist dann nach dem fünften Halloumi-Stick ein bisschen viel. War jetzt nicht schlecht, aber das ist nicht so meins. Ja okay, zugegeben, die Halloumi haben wir wirklich nicht so besonders geschmeckt. Schreib mir mal in die Kommentare, ob du das magst. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwer gern hat. Aber das Café an sich ist cool. Gibt es da noch ein Foto draußen. Vor der Tür steht AG, 5 Mercedes, Bentley. Der Raum wirkt viel authentischer, weil da ist mehr geschlossen ohne Fensterfront. Dann kann man da noch ein Foto machen bei der Mona Lisa. Wenn man es gut fotografiert, wirkt es ziemlich cool vom schwarz-weißen Aspekt her. Noch einmal die Außenwand. Falls drinnen noch kein Foto hast, machst du das Außen. Man kann ja so ein Foto machen. Ja, machen wir das. Ja schön. Cute, wie beim Schiefen Turm von Bisa, oder? Ja. Da ist noch der Außenbereich. Also es ist alles wie immer. Ganz cool. Hat es dir gefallen? Ja, sehr gut. Hat sich ausgezahlt. Wurf the Hype. Wurf the Hype, okay. Schon cool. Kann man sich schon anschauen. War jetzt auch nicht überteuert oder so? Nein, gar nicht. Mein Chicken Sandwich hat nicht einmal 10 Euro gekostet. Das war in Ordnung. Das ist okay. Drinnen war es ein bisschen zu kalt. Da war es sehr klingt. Genau, gepasst. Gegenüber der Kaffee-Lauden hat natürlich überhaupt keine Kunden. Nein. Weil der nimmt da alles weg. Verstehe aber auch. Wir alle, die nicht wissen, was das heißt. Das heißt Forever Rose Café. Echt? Ja, weil meine Arabischkenntnisse sind schon sehr gut. Hast du das gleich gelesen, oder? Ja. Gleich daneben ist gleich davor. Wir waren vorher nämlich im Shop eigentlich. Und die haben uns dann gesagt, nein, Kaffee ist eigentlich erst hinter uns. Weil das ist der Ever Rose Shop. Genau. Und da gibt es die ganzen überteuerten Rosen. Kannst du das direkt kaufen, zwei Türen weiter. Und auch das ganze Gebäude ist so in diesem Schwarz-Weiß-Tapeten-Design. Cool ist das. Ja gut, jetzt haben wir das auch gesehen. Einmal im Schwarz-Weiß-Café war es nicht so richtig Schwarz-Weiß. Aber wir haben es uns zumindest eingebildet. Und ab und zu ein bisschen den Schwarz-Weiß-Filter drüber gelegt. Aber was können Sie besser machen? Einmal nicht ein warmes Licht machen, sondern ein kühles Licht. Sonneabdunkeln, ein geschlossener Raum. Ich glaube, dann wird es schon funktionieren. Dann glaubt man, man ist in der Matrix im Schwarz-Weiß-Land So? Naja. Aber es war nicht teuer. Also kein Touristen-Schreck. Kann man sich anschauen. Forever Rose Café in Dubai. Und kauft bitte unbedingt die Rose im 180€-Tipp von mir. In dem Sinne, lasst mir ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Euer Julian.